Hallo, Leute! Heute gibt's ne Runde TFT. Normalerweise spielen wir immer TTT, aber heute nicht. Heute sind wir mal in ner kleinen Runde unterwegs. Der Johnny ist da, der Timmy ist da, der Flesk ist da. Ich mach das bestimmt zum ersten Mal mit ner Anmoderation heute. So. Die nächste Folge gibt's dann bei Johnny. Leute, guckt jetzt alle. Wir sind einfach maximal verwirrt. Tut mir leid, dass ihr das nicht mitbekommen habt. Ihr Spogos. So. Was machen wir denn? Ich hab gehört, Blitzcrank ist broken. Blitzcrank. 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 Oh Mann. Ja. Ist ein bisschen ruhiger, nur für euch da draußen. Ist ein bisschen ruhiger natürlich. TFT werden alle kennen. RUHICH! Alle außer, alle bis auf Anlag Chemie kannten die das Spiel vorher schon. Ähm. Für Tim. Man muss immer drei Einheiten kombinieren. Nur falls du das noch nicht weißt. Ach so, ich dachte vier. Nee. Dann wird zu viele gekauft. Ich bin Traitor. So. So, an dieser Stelle für nochmal ein großes Dankeschön für die Leute, die meinen 100.000 Abonnenten Special gesehen haben. Und auch an die Leute hier im TeamSpeak, die damit gewirkt haben. Und danke auch an die, die nicht mitgewirkt haben. Äh. Die mir dann abgesagt haben. Ich hab gewirkt. Autsch. Alter, hab 500 Instagram Voller bekommen. Ehre. Ehre. Ja, lief ganz gut für mich. Das Ding. Gerne wieder. In der Tat. In der Tat. In der Tat. In der Tat. So dieses Hush-Ding, ne? Das ist irgendwie nicht so geil, hab ich das Gefühl, oder? Was? Das Hush? Das Item. Hush. Ey, dieses Koks. Ach so. Ich kann immer noch nicht spectaten. Highlands. Kommt halt drauf an, wenn der Gegner irgendwie fettes Ulster oder so, dann vielleicht, ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich glaub, es gibt bessere Items. Ja, weiß ich auch nicht. Hm? Hm? Überrasion. In der Tat. Er schmeckt. Da schmeckt. Alles lieb. What the f... Jetzt hab ich die. What? Ich hab den Bildschirm gedreht. Jetzt guck ich von der Seite auf mein Board. Alter, start doch einfach dein Scheiß-Klein-Knochen, ich stelle hier jede Runde zu werfen. Hab ich doch! Mein Gott. Dieses ungeheule-Bart, wirklich. Ich kenn mich halt nicht mit Technik aus, Leute. Bei Technik-Fragen, Technik-Fragen. Genau. Das kann hier-für so ein Fernseh-Ding, oder? Ja. Ach, du bist ja keiner, der Fernsehen hat, ne? Also du bist ja jemand, der keinen Fernseher hat, so. Hm, 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 hm. Vielleicht machen wir mal was anderes heute. Bei Assassins? Ich weiß nicht, was du meinst. Oh Mann, oh Mann. Ehre, Ehre, Ehre. Cool, es geht an. Ehre. So, wir nehmen mal das alles mit. Da stellen wir mal auf. Also ich glaube ja, Kalle gewinnt jetzt nicht, aber dafür die nächste Runde. Was für eine Prediction. Ehre, Ehre. Ja. Wäre krass. Ja, ich muss mich erst mal dran gewöhnen an das Game. Ja, deswegen. Ist halt schwierig so. Aber ich glaube, wenn du rausgefunden hast, dass du Assassins OP ist und Assassins spielst, dann lübt der Lachs. Genau. Genau. Alter, moin, ich lass. Ja, ohne Witz. So. Dann guckt man auf sein Board und sieht nur so, Pike, Kha'Zix. Witzigerweise habe ich Pike und Kha'Zix schon gekauft. Ich weiß, ich habe ja auf den Board geguckt. Oh mein Gott, Kalle. Achso, ich habe dir nicht zugehört, sorry. Hallo, die lauf von dir. Hier theoretisch aber auch das hier schon als Komp. Hier kommt's, der Money. Money, Money. Money, 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 Money. Dollar, Dollar. Wenn du mit dem Chainvest und Nekatron-Cloak zusammen. Wie bitte? Mach mal. Chainvest und Nekatron-Cloak. Ich denke, was ist ein Megatron-Cloak? Ist das nicht hochwerfen? Das ist Disarm. Ach ja, stimmt. Hochwerfen ist Giant's Belt und Nekatron. Ja, ich glaube, das ist das C4, ne? Träke, träke. Flask. Da ist er. Oh, Johnny, hast denn nur drei Einheiten, Allah? Na, Allah? Wo ist denn da ein Upgrade? Allah, Allah, schrei mal nicht so, Allah. Okay, sorry. Die Frage ist... Oh, ich verliere. I'm sorry. Alter, die... Die sind jetzt schon alle Level 6 von dem. Warum haben die Ultis? Zack, zack. Und Flask kriegt nochmal ein Damage. Boom. Ja, ich will im Karussell nach vorne kommen. Ich brauche bestimmte Items. Ja, das ist irgendwie... Das machen ganz viele, ne? Dass sie am Anfang mit Absicht verlieren wollen. Ja. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Dabei geht's doch nur ums Gewinn. Auf... Um Ehre geht es doch, dachte ich immer. Auch. Ja, ich will jetzt mal auch... Gucken wir erst mal so. Ich glaube, die ersten drei Runden sind immer so... Wir gucken mal, wo es hingeht. Ja, hast du recht. Danke, John. Muss man auch entspannt bleiben. Haben immer Gold jetzt erst mal. Oh, Karl Kolumga, grüße ich. Ja, moin. Oh, erst mal schön Blitzkrieg eingehoben, Alter. Das ist ein Beispiel gegen Christy Ananas. Oh, ich glaube, ich verliere die Runde. So sieht das irgendwie aus. Ich kann das echt nicht so gut einschätzen, muss ich sagen. Nee, das sieht gar nicht gut aus. Aber das sieht ganz gut aus für mich, muss ich sagen. Das ist ja... Du kriegst ja nicht mal eine Einheit down. Das ist der Nobel-Buff, ne? Der Nobel-Buff. Du trinkst auch nur Shampoos aus dem Weinglas, ne? Nee, aus dem Tetra-Bug, Alter. Aus dem Shampoos aus dem Tetra-Bug. 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 Tick aber auch hier nur Scheiße. Bam. Geht eigentlich. Geht eigentlich. Die halten nichts von dem, was ich bräuchte. Nichts. Ja, wie gesagt, wir haben uns natürlich überlegt, dass das alles mit TTT immer super viel Spaß macht. Für mich persönlich, übrigens ist das immer ein ziemliches Ohrgefickel, ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob das für euch auch Ohrgefickel ist, wenn wir TTT spielen. Hier ist halt ein bisschen entspannter. Oh, ich war Level 4. Danach hat man auch immer, man ist den ganzen Tag richtig platt, ne? Das ist halt wirklich so. Und hier kann man halt... Und dann kann man eigentlich nichts mehr aufnehmen, ey. Also ich schon. TTT, äh, TFT ist für mich auch immer super, super chillig zum Streamen, einfach. Weil man super viel auch mit dem Chat interagieren kann. Ich mag nicht. Ich bin nicht gut. Ich mag meinen Chat nicht. Ich rede da nicht gerne mit dir. Ich finde deinen Chat auch nicht gut. Aber gut. Ja, du, ne? Ich weiß ja auch nicht. Also, ne? Ja. Keine Tier 2-Einheit, so. Und hier, was gehst du? Sag ich nicht. Ja, wieso? Mag ich nicht sagen. Komm, Karusel. Hey, ich darf als nächstes raus. Hui! Nee, Johnny! Ah! Alter, nein! Warum? Warum machst du das? Hätt doch jetzt gerne mal die Kommentare, wo man das gemacht hat. Warte, du weißt genau, was du getan hast, oder? Ich ficke dich auf einer Siki-Koi um. Komm ran, Alter. Guck mal, wie ratig mein Löwe ist, Alter. Wie ratig mein Löwe ist, Alter. Lecker, lecker. Aber jetzt ist das eigentlich ein Löwe und gar keine Ratte. Verstehe ich nicht. Walla, walla, gerne dolla, Junge. Tschüss, ha, ra, murk, walla! Ey, das, das labert ihr schon wieder an. Ich hab mir auch einen dauernd. Sorry, manchmal geht's mir immer ein bisschen durch. Ich vermisse TTT. Ich wär jetzt gern Traitor. Yoda. Hallo. Christi, Alter. Christi macht mich nass. Bis jetzt schon eine Einheit mehr. Und zwei Level 2er. Oh, ja. Hab ich auch eine 2 Level 2er? Ich glaube, Drift ist die beste Einheit. Ah, wobei? Mann, das knallt nochmal richtig gut rein. Ich glaube, ich gewinne. Aber das wird jetzt hier mein Verhältnis. 4 auf 1, findet ihr sich unfair? Naja, 3 haben wir noch bekommen, das ist in Ordnung. Ne, 2 haben wir bekommen. Ey, der ist aber letzter, kann ich nicht ganz so schnell sein. Red Buff. Red Buff. Der dauert hier ganz schön lange hier, die Runde da, ne? Wir hatten das dann gefeindet. Ich habe auch recht lange gefeindet, bin ich ehrlich. Ah, da ist er ja. Ich schlafe, wenn sie tot sind. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Oh mein, wah, wah, wah. You touch my talala, my ding, ding, dong. Oh. Was ist los bei euch? Ich will doch nur spektaten. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Ich spür doch nicht. Ich spür doch nicht. Oh, gegen Johnny. Da Timmy der Hund. Warum schwebt manchmal mein Blitzcrank so hoch? Gerade eben war es mein Gerard. C für. Ich muss dafür haben. C für. Der komplett broken. C für. Der ist erstmal die Halb. Der Halb. Der Halb. Der hat mal AFK, der Arsch. Ne, du hast nur will auch verhängt, du gewinnst die Hunde. Ich hab halt drei Tier 1-Einheiten. Der Scheid. Mir läuft das dann mit dem Upgraden auch noch nicht so. Bin ich ehrlich. Irgendein fetter Bangle mit dem Barcode hat mich gerade angeschrieben, ob wir danach noch eine Runde machen. Oh, ist das ein Eis? Also wahrscheinlich Eis. Weißt du, was das ist? Ich denke Eis. Ich denke auch Eis. Aber der ist mir zu gut. Ist ja jetzt schon meine Aufnahme. Das schmeckt. Ich weiß mal nicht, ob der jetzt dahin springt. Und wenn ich ihn dahin stelle, ob er dann dahin springt. Schreibt das doch mal gerne in die Kommentare. Dahin oder dahin? Schreibt doch mal in die Kommentare und schreibt dann noch mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie die Laufgabe ist. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wer diese Runde gewinnt. Stoppt, pausiert das Video und schreibt jetzt in die Kommentare. Schreibt doch mal in die Kommentare und schreibt, wer ihr glaubt, der diese Runde gewinnt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wer in die Kommentare schreibt. Schreibt mal in die Kommentare, wer zerstört, dass jeder die ganze Zeit sagt, dass ihr in die Kommentare schreibt. Johnny, lass die Haare wachsen. Und wenn ihr nicht Kommentare schreiben wollt, dann drückt doch die Glocke. Also meiner Folge würde es nicht einer aussehen werden. Oh ja, das mit der Glocke haben wir noch nie gesagt. Das stimmt, da haben wir ja die ganze Zeit was verpasst. Das haben wir total vergessen. Soge bin ich weak. Was soll ich denn Eis jetzt sagen, Leute? Ja, wenn's Eis ist, ist es okay. Ja, der kann ja mitspielen, solange wir jetzt nicht länger zocken müssen. Weißt du, wie ich mein? Okay, ja. Alla, Alla, Alla. Hm. Alla, Alla, Alla. Was ist denn Negatoncloak und Negatoncloak? Äh, dieses... Ding. Ich würde das gerne... Ja, da hat er recht. Glaub ich. Ist ja extrem wenig Magic Damage auf der Unit. Achso. Ja, 83% weniger oder so. Wieso geht die Vayne nach vorne? Mit... Firecannon? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Weiß das jemand? Äh, wie bitte? Meine Vayne ist nach vorne gegangen, obwohl sie Firecannon hat. Ja, Rupert Firecannon ist ein bisschen bugged. Ja, jetzt verlier ich vielleicht deswegen die Runde. Mach dich nass, Bart. Geil. Abkühlung. Ja, war cool. Und flupp. Jetzt mach mal deine Ult. Danke. Alter, der schriegt dreimal die Ult, während mein Haus die einmal tut. Na gut. Krass, dann wäre der Müll abgeholt bei Johnny. Krass. Ero, Ero. Ero, Ero. Weil ich will den eigentlich gar nicht spielen. Obwohl ich kann ja mitnehmen. Ganz schön gemeint vor dir sowas zu sagen. Exquisa. Keiner schmeckt mir so wie dieser. Was? 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 Da vorne? Da wei, da wei. Aha. Oh mein Gott. Kann man die Einheiten auf dem Board auch immer, also auf der Bank immer sortieren. Hallo Johnny. Ne, ist mir vollkommen egal wie die stehen. Hallo Kimi. Ich hab das Gefühl, das Firecannon funktioniert ja nicht. Ne, funktioniert auch nicht Kalle. Oder ich setz das falsch ein. Auch das. Bart hör auf. Ich bin ja trotzdem gegen dich. Ja, ich weiß, weil ich keine Einheiten upgraden kann. Ja, weil ich da auch die gleichen Spieler scheinbar mit tun. Jo, wir stehen einfach bei den Nobel so halb. Da wird's die richtige krasse Combo. Oh, der fehlt nur ein Garen, ne? Warum aber? Wow. Wow. Wow, that's amazing. Wow. Wow. Alter, da kamen die Upgrades. Jo. Alle haben grad irgendwas bekommen, was sie brauchen können. Kalle Kolumna, Garen, kalt. Irre, irre. Kalle Kolumna. Mh, 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 mh. Oh, irre, irre. Penetrant. Und charmant. Da, 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 da. Stimidiwa. Und riesengroß ist mein... Kramp. Kramp. Im Fuß. Aua, ei. Dein Lörres im Fuß? Mein Kramp im Fuß. Uh, Kalle, grüß dich. Oh nein, wir hatten den Bart. Ja, ich hab nen Baum. Komm her, Van. Ach, das ist natürlich... Das vergesse ich mal wieder. Das ist der Blitzkrank. Aber ich rechne auch nie damit, dass jemand Blitzkrank spielt. Weil das ist irgendwie so die most justest Einheit im Spiel gefühlt. Was? Weiß ich nicht. Das ist Frevel. Das ist ja wie nicht Tachanka picken wollen. Was ist Tachanka? Genau. Und deinen Freunden auch. Wollte ich auch grad sagen. Oh Mann, verlier schon wieder. Meine Rexha macht ja gar keinen Schaden an deinem Speaker, Havarus. Stimmt allerdings. Oh, Gesundheit. Dankeschön. Ich hoffe, du wirst nicht krank, Tim. Ich hoffe auch. Wenn doch, sag Bescheid. Dann bring ich dir Suppe und Tee vorbei. Aber du bist doch schon Fall Crane. Aber weißt du, was krank ist? Was denn? Dieses Video von Kalle. Oh Shit. Gib dem Video einen Daumen hoch, alle. In meinem Kopf denk ich mir halt so, ich würd's jetzt schneiden. Aber ich schneid's halt einfach nicht. Das ist das Problem. Ich hab vergessen, was ich brauche. Du brauchst, äh, 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 äh. Indrid. Vielleicht. Och Mann, nimm doch nicht meine Leona-Trecke-Trecke. Weiß ich gar nicht, was ich nehmen soll. Komm. Shyvana. Guck die Söhne mal. Hier, guck dir mal meinen an hier. Der rammelt halt einfach den Boden. Mmm. 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 Mmm m? M کرst du so genommen der Arme! Sau da. Der Arme Dario. Ja, tut er. Das freut dich so leid. Die Präzision, die ist so schön'S � denied in meinem Bauchnabell. Die so, die so schön hat die Pricomfort in meinem Bauchnabell. Hm. ünk. Jaja. Yojoda. Jaja, Da town ja das Suzuki. Wer hat schon eine Sechser-Nobel? Als ob er eine Sechser-Nobel hat. Dieser Christian Natsa hat ja eine komplett broken Koffer. Ich hab einen Losing-Streak, kannst du mir ein bisschen Mühe geben, ihr? Ich hab auch einen Losing-Streak, haha, altsmartes. Der hat Nobel-Nobel-Nobel, Alter. Christian Natsa würde ich nicht fighten wollen gerade, ey. Also wenn ich eine Level-5-Kale sehen würde, dann würde ich die wahrscheinlich einfach kaufen. Ja, same. Oh nein, das ist so bitter. Lass sie doch, lass sie doch angreifen, Mann! Oh, die Ash, die geht mir auf den Sticker! Auf den Sticker! Mann, das muss nicht sein, Mann! Ich schlafe, wenn sie tot sind. Oh! Hm. Genau. Hm. Tja, Leute, wenn ihr wisst, wie man den Spectator-Bug fixt, dann sagt er einfach Bescheid. Ne, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Geil! Ich mein eher die Viewer von Kalle. Die wissen ja nix. Bei euch weiß ich, dass ihr dunn seid, aber die Viewer von allen sind erstmal. Schickt ihm eine Sprachnachricht bei Instagram. Genau, schickt mir einfach was auf Instagram. Bitte keine Dickpics, danke. Und jetzt kommen die Penisse. Oh, ne, bitte nicht. Hm. Warte mal. Wie kann ich denn jetzt hier gerade irgendwas gewinnen, obwohl du einen Geryon Stufe 3... Oh, das ist dann ja auch. Ja, diese Ash, die macht mich... Also ihr mit euren Ashes. Es ist halt nur ne Ash, ich hab nicht mal ne Glacier gekommen. Dein Niederliefer-Broken. Die Ash hat auf meine Wellen geschossen. Hast du nicht gesehen? Die hat nix gemacht. Ja. Aber broken im... Im andern Sinne, ne? Ja. Kaputt. 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 Zerbrochen. Kaputt, ups. Putt, putt. Putt, putt. Auch nicht schlecht. Fällt mir auch gut. Ha. Mysteriöse. Mysteriööse! Oh! Hohoho! Ein wahrlich lustiger Witz. Tim. Ich lachte sehr. Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu. Weh, 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 weh. Was, was? War man nicht, ne? Nicht wirklich. Doch, klar. Alles cool. Ja, ich mein, natürlich. I'm in love with the Coco. I'm in love with the Coco. Nyaaa. Und du kriegst was denn nicht ein? Das war geil gerade. So cool. Das war 10 von 10. Oh! Ja! Oh, kawaii. Oh, kawaii! What the fuck? Manchmal... Ja. Das ist halt wirklich also... Uff! Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht, wo es hier hingeht. Ich bin da wirklich ehrlich. Letzte Runde war besser. Manchmal kommt das einfach so durch. Weiße. Letzte Runde? Aber das ist doch die erste Aufnahme. Ja, damals, als wir das schon mal gespielt haben, eigentlich. Kaliston! Komm ran, Padwan! Ich mach dich nass! Ach, Johnny. Nee, das ist nicht cool, was du da machst. Steh ich jetzt nicht. Was denn? Bei dir funktioniert das mit der Cannon. Der spielt schon wieder Glacial. Das ist doch dumm. Mit der Rapid Fire Cannon. Ja, ja. Ja, meine Van ist ja auch nicht dumm. Das stimmt. Aber du... Ach, du gewinnst, ne? Naja. Ja. Aber nur mit einem. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Freude bei mir läuft es nicht so gut. Übrigens, Chrissy hat schon wieder hier 100 Punkte, ne? Also... Der spielt ja auch Glacial. Der random hat 100 Punkte. Der spielt ja auch Glacial, Kalle. Facial. 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 Tim! Das ist immer fairiger. Ich hab grad gedacht. Sorry. Tobi, falls du monetarisiert wirst, Kalle. Dann gibst du mir all dein Geld. Okay, dann geb ich dir all meine Einnahmen von YouTube, okay? Witzig. Ich mein, du bist jetzt über 100.000, ne? Kannst du dir auch mal erlauben. Lass mal einen raus. Irgendwie spiel ich ihn jetzt hier. Ah, schon wieder gegen den ersten. Okay. Gegen Träger, Träger. Ich bin ein bisschen greedy, oder? Fantast tabulös. Aber es lohnt sich nicht. Boah, der hat nen langer Arm. Junge, kann es sein, dass du irgendwie nur Brawler spielst? Alter, wie oft der bitte ultet. Der blitz kann. Aber muss ich nur Glacial spielen. Wait, die Hook ist die Ulti von Blitzcrank? Der hat gar nicht den Silence. Der fängt halt an mit der Ult. Aber der beginnt, jaja. 100 Sekunden wartet, warum ultet der denn nie? Der fängt mit 100 Mana an. Die stacken ja das Mana und dann gibts die Ult. Dann gibts sie aber die Ult, du. Mann, das ärgert mich ja alles. Wer ist der letzte Ranger, der mir nicht einfällt? Ich weiß nicht, welche du hast. Ich kann's da aber nicht sehen. Varus, Vayne, Kindred und... Ash. Du bist mir auch so'n Ranger. Danger, Danger! Oh nein! Alter, du hast ja nen Tastana gehuckt. Junge, da gibt's Force of Nature! Oh, der Kizzy, ey. Force of Nature is most broken. Echt? Du kannst einfach die Unit for free setzen. Also hast du ne Unit mehr. Really? Aber du brauchst zwei Marsch. Aber du machst ja komplett nass! Aui! Das hat so wehgetan! Autschi! Na, das ist mein Losingstreak wieder am Arsch! Und meine Winningstreak! Das schmeckt! Oh mein Gott! Rabadons oder... B-B-B-B-Bloodthirster! Oder halt auch. Garde Units hier, ne? Was machst du so spät erst? Versteh nicht, was ich hier... Also ich würd, ich würd euch empfehlen, nehmt euch hier den Bloodthirster oder nehmt euch die Shiwana oder nehmt euch ein Yasuo. Oh, Fleski! Na, Rabadons von Frida? Lach ich gar nicht! Nein, du! Oh nein! 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 Ich weiß gar nicht, ob das gereicht hätte, aber... Oh nein! Das war aber ein krasses Karussell, ne? Schon? Ja. Ah, ich hab glaube ich gerade... Ich hab so einen krassen Fehler begonnen. Oder das krasse Karusel! Ja, das war ein ziemlicher Fehler, du Scheißdruck! Bambuselt! Präzision! Präzision, Cabron! Ja, ja! So, Ladies and Gentlemen... Ich krieg nur Scheiße in meinem Shop! Jetzt hör mal bitte auf dich zu beschweren, danke! So... Hm... Oh Gott... Item... Nee, du... Als ob du Shojin's auf Blitzcrank hast! Ja! Als ob der meine Wayne huckt! Deswegen huckt der ja auch so oft! Das ist halt... Das ist halt richtig gefährlich! Jo! Nimmst halt meine komplette Backline weg! Ja! Bam, 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 bam! Zack! Der Lucian auch noch! Komm ran! Oh nee, Lucian! Mach Sachen! Oh, und nochmal! Schwupp! Oh! Die Karussell so hart gefällt! Du warst wieder komplett fertig, ey! Wie auf Shojin Blitzcrank ist der Shit! Ist halt wirklich so! Ja, das sagt Soda auch den ganzen Tag! Ihr könnt euch die Hand geben! Echt? Ehre! Endlich hab ich mal mit Soda was gemeinsam! Ehre Ehre! 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 So... Gucken wir mal, was hier noch bei rumkommt! Oh Mann! Dann sind wir natürlich jetzt so ein bisschen... Ah, ich verstehe das ganze hier alles aber auch echt nicht! Oh Killy Dokely! Oh nee, das ist Johnny! Krabbert uns auf Brand! Oh nee! Bitte lass mich überleben, Johnny, bitte! Ja, aber kann ja keiner riechen, dass du es auf Brand machst! Johnny, bitte! Ich will doch nur überleben, Johnny! Johnny! Ach, Menno! Deinen Klon hab ich schon mal besiegt, aber ich hab das Gefühl, der war schwächer! Hey! Ich hab gerade Kale gezogen! Ich hab gewonnen! So, Tote sind schweigend, Alter! Ich hab grad... ich hab grad Kale bekommen, Mann! Ich hätt meine Comboe nicht gehabt! Ja, aber hast du sie? Du hast mich gefickt! Ja! Dann... Ahhhh! Blerd! 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 Junge, dieser Christian Nazza hat nicht ein Game bis jetzt verloren! Ja, das ist halt echt schwierig! Belastet mich auch! Komplett Belasto! Schwierig! Alles schwierig! Außer die Creep Rounds, die sind free! Ne, für mich nicht! Verliere das! Verliere das! Verliere das! Wahrscheinlich nicht so der Carry, ne? Ein Item hab ich bekommen! Geil! Geht doch nicht! War doch klasse, genau! Ich dachte, ich verliere das! Das ist jetzt alles ein bisschen... Wir müssen jetzt pokern, Leute! Wir müssen jetzt pokern! Wir müssen jetzt pokern! Wir müssen jetzt pokern! Ja, du schaffst das, Kerl! Wir pokern jetzt ne Runde! Ich glaub an dich, so weh du an mich glaubst! Oh, Timmy, der Hund! Nee, Timmy, nicht hooken! Au! Aua! Oh, Du bist cool! Da DOA! Plein Du sterb! Warum hab ich denn nie nen Gegner! Du Wichser, Johnny! Es tut mir leid... Ich wollt's ja schon bei Bart nicht Du bist ja wieder fünfter geworden! Dann geh's doch nicht bei Johnny... Uh.. Das bringt mir nichts... Das bringt mir nichts, schade da, sei kein Frosch, schade. Hm. Hm, hm. Das Problem ist, ich weiß ja auch nicht so ganz, wo das hier hingehen soll. Oh, wer ist das denn? Ah, das ist der Erste, ne? Ei. Oh. Gar nicht um mich. Oh, der hat einen Schogart, einen ziemlich krassen, ne? Ei, 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 ei. Übrigens, ihr müsst jetzt nicht ruhig sein, wenn man die tot sein. Ah, da verliert er seine erste Runde hier. Oh, den hab ich weggesnackt, ich bin mindestens Dritter. Geil. Du auch, Johnny. High Five. Da sind wir wieder, äh, ja. Äh, ja. Ich glaub ich war zu früh. Nee, du warst zu spät. Für den? Aber wie... Ah, das... Das ist so... Das auch alles. Oh. Oh, schon wieder. Der Klon von ihm, ne? Der Klon ist, glaub ich, immer schwächer. So hab ich das verstanden. Jetzt spiel ich auch gegen den. Ja, das hab ich auch irgendwie so... im Gefühl. Aber dann... Du machst ihn jetzt auch in echt, Kalle. Ich glaub an dich. Ich glaub ich mach ihn. Ja, ich... Hä? Hä? Ja doch. Alla brand, Alla. Boom! Sehr gut. Guck mal, schon ist er auf 66 hier. Der hat sich... Der hat sich zu lange aufgeruht auf... äh, ausgeruht auf dem Erfolg. Aber jetzt sind wir da. Jetzt sind wir hier. Spandau. Kalle, Kalle. Der riecht gut in dem Spiel, Kalle, Alla. Nee, ich hab... Ja, nee. Sag doch einfach mal ja. Ja. Ja, Mann, Kalle. Stell dich mal nicht so unter den Scheffel, Alla. Ist so, Digga. Ja, Mann, ja. Kalle, die Leona. Nee, ich brauch ihn nicht. Oh. Ehre, Ehre. Ehre, Ehre. Ah. Kennen hab ich noch überlegt, aber. Wir gehen jetzt hier... Wir pokern jetzt hier... Ziemlich high. Also, ich setz drauf, dass Kalle heute alles gewinnt, Alla. Also, ich ess grad Gurkensalat, Alla. Nice. Schmecker, Alla. Ich hatte heute zum Frühstücken eine Schnitzel. Eine Schnitzel. Okay. Ja. Problem damit, mein Toast war alle. Nö. Wollt jetzt gar nicht, äh, werbend hier agieren. Wie wäre, Wando. Was ist eure politische Einstellung zu Gurkensalat? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Kalle, glaubst du, du holst die Runde? Oh. Ich brauch halt noch ne Fiora. Kalle. Oh nein. Hallo. Ich bin noch nicht ready für dich, glaub ich. Ah, ich weiß auch nicht, ob ich ready für dich bin. Bist du jetzt ready für Kalle? Oh oh. Dein Profi. Red, gib mir Kraft! Nee. Gib mir Kraft! Ja! Ja! Nein! Ja! Ja! Nein! Oh mein Gott! Das Spiel ist bei mir so fertig! Der Brand ist auf jeden Fall ne Belastung für dich. Oh mein Gott! Alles super gespielt! Wuhu! Ja! Alles gegeben! Ja! Schreibt's in den Kommentaren! Ich krieg diese letzte Einheit nicht! Das, 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 das ist der Ding. Oh Mann! Hast du alle Fioras gekauft? Alle weggenommen! Ganz, ganz Fiora-Hausen! Oh shit! Ach, das ist echt blöd gerade hier. Warum bin ich denn so dumm? Oh, das ist wieder so ne knappe Runde jetzt, ne? Aber ich glaub, du gewinnst diesmal. Nee, ich bin so dumm! Ach, du bist dumm! Das ist gut! Ja, ich hab ne Unit zu wenig gestellt. Echt? Na ja, die wird doch automatisch nicht. Ja, die wird dann automatisch nicht. Ja, die wird dann automatisch. Ja, das muss ich halt da gar nicht haben. Ja, aber du gewinnst trotzdem, guck mal. Ja, aber du gewinnst trotzdem, guck mal. Kinnrith-Ulbs. Wait, ist Kinnrith-Ulbs? 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 Oh, das knallt! Ei, Kalle! Ei! Aber jetzt gibt's hier nochmal ein paar Minions. Oh Mann, ich brauch halt nur eine fucking Fiora. Aber warum? Dann ist Fiora 3? Ja, was? Jetzt nicht so krass, oder? Naja, ist halt trotzdem ne Verstärkung. Aber du hast eigentlich recht, ne? Ich will eigentlich noch eine Einheit bringen. Irgendwie tunnel ich da gerade ziemlich drauf, bin ich ehrlich. Das ist vielleicht ein Fehler. Ich, Kalle, spare ein bisschen vielleicht noch fürs Late Game. Was für ein Late Game, Alla? Ah, das ist Late Late Game. Kalle, ich hoffe, der hat einen Glattweißer jetzt oder so für dich. Kann von denen auch ein ganzes Item proben? Ja, aber das steht dann da, glaub ich. Stimmt, das haben die dann, ne? Ja. Oh, ich weiß gar nicht. Der glaubt einfach gar nix, der kleine Huren. Das enttäuscht. Wird ich eigentlich das auf denen kriegen? Ich zieh den nicht mehr hoch, oder? Ja. Und du hast ja einen Spachtel. Ja, ich hab nen Spachtel. Ich hoffe, du kriegst Force of Nature. Wünsch ich dir. Eben warst du aber noch gar nicht so auf meiner Seite. Ich bin immer für den Underdog. Was für crazy geile Items es hier gibt. Was für crazy geile Items es hier gibt. Geil, Alter. Guck mal, Brand ist ja auch nochmal broken. Wtf? Na der ist echt strong, ne? Wolltest einfach die Backline weg mit deiner Scheiß, Ulf. Parico schießt in die Backline, Alter. Das ist eine Ehre, Ehre. So. Die Burkensalat, die Gelsen. Lecker. Guten. Ah. Ich hab mir das gerade anders vorgestellt. Aber gut. Ich auch. Ich dachte auch nicht, dass Johnny mich einfach so rauskicken würde. Bin ich ehrlich. Versuch doch mal nicht kacke zu sein. Schwierig immer nicht sieht, was die anderen bauen, Johnny. Muss ich sagen. Fand ich jetzt schon ein bisschen unfair. Weißt du, ich hab schon Handicap und dann kommst du von der Seite und slaps mir richtig quer übers Face ein. Aber ist okay. Merke ich mir. Hallo? War das denn da für ein Swain hier? Jaja? Jaja? Oh ne. Ach man, Kindred ist doch nicht schön. Kindred ist doch nicht schön. So spielt man das Spiel nicht. Ich muss sagen, ich hab einen krassen Fehler zweimal in diesem Spiel schon gemacht. Und das glaube ich, hat mir ein bisschen das Genick gebrochen. Ah. Mh 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 m die nimmt halt wieder die Mütter aus dem Spiel. Die Kindle kann nicht röten. Ja, geil, aber bringt nichts. Oder? Oh! Oh! Mann, das nimmt so viel Spannung raus, wenn man da vereist ist. Das ist echt... Scheiße. Oh, Johnny ist sogar erster. Krissi hat auch gerade verloren. Sieht gut aus für Johnny. Kalle, du weißt, Anidia rausnehmen. Gegen Johnny funktioniert das. 10 von 10. Geil. Du hast ihn jetzt mental fertig gemacht. Siehste, gucke. Aber es gab auch Items, die ich hätte brauchen können. Witzigerweise habe ich das Item von der Anidia gemacht. Hä, wieso? Ich bin so dumm, wieso nehme ich Anidia raus? Mann, Bart, sagst du einmal was und das war wieder kompletter Müll. Er war doch perfekt. Johnny hat sein Item nicht bekommen. Und den einzigen Champion, den er spielen kann, hat er auch nicht bekommen. Ist er benutzt? Das ist doch gar nicht. Benutzt. Benutzt. Eigentlich heißt es beschmutzt, aber egal. Mann, 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 Mann. Man, oh Mann, Karle, der geht dran. Der war ganz unterschwellig. Tim ist auch noch da. Kurz halt beim Kotzen, aber... Nee, actually, da habe ich gerade kurze Pfand an die Tür gebracht. Oh, was ist das? Ja. Wer denn findet? Aber okay oder was, spielt der? Das ist eine gute K-Rude. Ähm. Alter, der macht dich... Ah, wobei... Der macht ziemlich hart. Ach, Kindred Old, Alter. Oh! Der Kindred Old ist halt auch irgendwie verboten eigentlich. Kindred Old hat echt gerade deinen Sack gerettet. Übel hart. Holy Moly. Also, Johnny, dann will ich aber, dass du die Runde gewinnt, ne? Wenn ich jetzt hier durch raus bin. Aber noch bin ich nicht raus. Dann gehen wir jetzt hier mal all in. Der Christian Nazar, der findet gegen die beide gerade. Der ist mit dir Lappen. Haha, Lappenlappen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es mit Oskar besser fandet als mit Christian. Hä, geht gar nicht. Das ist die Folge danach! Oh, fuck. Es ist aber unglaublich. In der nächsten Folge. Oh, ihr wolltet Oskar zurück hier abdehlen. Ich hab das wohl. Ich dreh nie wieder. Das war in die Kommentare, wenn ihr richtig hyped für Oskar seid, ne? Dalle! Sehr gut, Blesk. Sehr gut. Schaltet bei Johnny ein, um diesen Insider zu verstehen. Wuhu. Oh, ja. Oh nein, die MF-Karte. Oh, super. Die wundern mehr Abonnenten. Ach, Mann. Ich glaub, das war's. Ah, wobei, wenn du jetzt, wenn deine Wählen jetzt gut kritzt. Warum ist denn die Demon? Ah. Ja, auch Demon. Das war's. Ach, Johnny muss jetzt gewinnen. Der Platz ist auch supergut. Ich war nämlich siebter. Vielleicht läuft die nächste Runde ja besser. Ja. Ich halte doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt TFT anstatt TTT. Mit den Superboys. Noch sind wir hier nicht durch. Ja, ich weiß, aber ich wollt's nur schon mal sagen. Den Dragon, den schaffst du. Wir müssen so eine Marke entwickeln. Alter, wie lang geht die Runde denn schon? Ihr habt ja jetzt den fucking Elder Dragon. Also die Aufnahme geht schon 40 Minuten. Holy moly. Juhu. 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 Was sagt der Leute? Sechster Yordle oder ein Draen? Ich weiß. Ich glaub Yordle, oder? Yordle ist glaub ich krass. Juhu. 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 Juhu.